Moinsens und herzlich willkommen zurück zu einem kleinen Info-Video. Das geht hoffentlich jetzt nur mal eine Minute, deswegen muss ich mich jetzt mal beeilen. Zwei Dinge. Erstens möchte ich noch mal auf das neue Projekt Breakforce with You hinweisen. Da mache ich jedes Mal, das ist wieder eine extra Rubrik, da mache ich jedes Mal ein LP mit einem von euch. Äh, meine, ich werde jetzt eine andere, na wobei, ne, ich bleib bei meinen originalen. Edit dann bitte Gameplay30500 und schreibt mich dann an. Je nachdem wie ich dann Zeit habe, werde ich dann auch mit euch aufnehmen. Und das zweite, ich möchte an dieser Stelle noch mal den Halloween-Livestream erwähnen. Tut mir leid, dass kein Breakforce dabei ist, aber das hat der Max nicht. Der ist dann auch nicht so gut. Vielleicht das nächste Mal. Das war's eigentlich auch schon und vielen Dank dafür, dass ihr dieses Video geschaut habt. Haut rein. Ciao.